Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz, Peppa Wutz. Matsche Pampe. Es regnet. Peppa und Schorsch müssen im Haus bleiben. Papa, die Sonne scheint wieder. Können wir jetzt nach draußen? Ja gut, dann los ihr zwei. Peppa springt gern in die Matschepfützen. Ich mag Matschepampe. Peppa, wenn du in die Matschepfützen springst, musst du Gummistiefel anziehen. Mach ich, Mama. Peppa kümmert sich gern um ihren kleinen Bruder Schorsch. Peppa kümmert sich gern um ihren kleinen Bruder Schorsch. Schorsch, wir suchen noch mehr Pfützen. Peppa und Schorsch haben eine Menge Spaß. Peppa hat eine kleine Pfütze entdeckt. Schorsch hat eine große Pfütze entdeckt. Guck, Schorsch, eine riesengroße Pfütze. Schorsch will als erster in die große Pfütze springen. Halt, Schorsch. Vielleicht ist sie ja zu tief für dich. Gut, sie ist nicht zu tief für dich. Ach, Schorsch. Es ist nur Schlamm. Peppa und Schorsch mögen Matschepfützen so gern. Komm mit, Schorsch. Wir zeigen Papa, wie wir aussehen. Du lieber Himmel. Papa, Papa, rat mal, was wir gemacht haben. Lass mich überlegen. Habt ihr Fernsehen geschaut? Nein, nein, Papa. Habt ihr etwa gebadet? Nein, nein. Ah, ich weiß. Ihr springt durch die Matschepfütze. Ja, ja, Papa. Wir springen durch die Matschepfütze. Ho, ho. Schaut mal, wie ihr ausseht. Oh. Nicht schlimm. Ist ja nur Matsch. Wir machen es schnell weg, bevor Mami euch sieht. Papa, wenn wir sauber sind, gehst du und Mama dann mit uns nach draußen? Ja, wir spielen alle im Garten. Pfeffer und Schorsch tragen Gummistiefel. Mama und Papa tragen auch Gummistiefel. Pfeffer und Schorsch lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Oh, Papa Wutz. Was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Sousia ist weg. Schorschs Liebling ist ein Dinosaurier. Sousia. Schorsch liebt seinen Dinosaurier. Schorsch jagt Peppa gern mal einen Schrecken ein. Wie schrecklich. Beim Mittagessen sitzt der Saurier neben Schorsch. Wie bitte? Warst du da, Schorsch? Oder war das der Saurier? Sousia. Wenn Schorsch badet, nimmt er seinen Dinosaurier mit in die Wanne. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Schorsch. Und gute Nacht, Dinosaurier. Schorsch kann nur schlafen, wenn sein Saurier neben ihm liegt. Schorsch spielt gern fliegender Saurier. Und natürlich landen da Saurier. Peppa und Papa Wutz spielen Dame. Ich gewinne, Papa. Oh, gut gemacht, Peppa. Schorsch? Schorsch? Schorsch, was ist passiert? Saurier. Schorsch, suchst du deinen Dinosaurier? Schorsch ist traurig ohne seinen Saurier. Keine Bange, Schorsch. Wir finden deinen Saurier. Wir brauchen einen Detektiv. Papa, was ist ein Detektiv? Ein Detektiv ist ein sehr gewitzter Mann und ein guter Sachensucher. Ich, ich, ich kann ganz gut Sachen suchen. Also gut, Peppa ist der Detektiv. Schorsch, ich bin der Detektiv. Ich suche jetzt für dich deinen Saurier. Vielleicht sollte der Detektiv Schorsch ein paar Fragen stellen. Schorsch, sag, wo ist dein Dinosaurier? Schorsch weiß das doch nicht. Der Detektiv könnte versuchen zu erraten, wo Sausier steckt. Ich hab's. Ich weiß, wo er ist. Schorsch nimmt seinen Dinosaurier immer mit ins Badezimmer. Also ist der Dinosaurier in der Wanne. Aber im Bad ist er nicht. Oh. Ach so, ich weiß. Ich weiß, wo Sausier steckt. Schorsch würde niemals ohne seinen Dinosaurier schlafen gehen. Also kann er nur im Bett sein. Aber im Bett ist er auch nicht. Oh. Vielleicht sollten wir im Garten nachsehen. Ja, im Garten. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist bloß Sausier? Der Dinosaurier ist wirklich schwer zu finden. Sausier ist futsch. Ich geb's auf. Schorsch, du spielst doch so gerne fliegender Sausier. Vielleicht flog dein Sausier dieses Mal ein bisschen zu hoch. Da ist er, da ist er. Ich hab ihn zuerst gesehen. Gut gemacht, Peppa. Du bist wirklich eine gute Detektivin. Sausier ist so froh, dass er seinen Saurier wieder hat. Hui. Fliegender Sausier sollte man tunlichst nicht unter Bäumen spielen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Peppa erwartet ihre beste Freundin, Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Luzi und Peppa wollen heute zusammen spielen. Peppa hat Luzi gern. Luzi hat Peppa gern. Sie sind die besten Freunde. Peppa, wie wäre es, wenn ihr rauf ins Kinderzimmer geht? Ja, Mama. Schorsch würde auch gern mitspielen. Peppa und Luzi spielen gern in Peppas Zimmer. Schorsch allerdings auch. Nein, Schorsch. Das ist nur was für ganz große Mädchen. Geh und spiel mit deinen eigenen Sachen. Peppa und Luzi möchten lieber alleine spielen. Ich bin die zarte Feenprinzessin. Und jetzt werde ich dich verzaubern. Simsalabim in den Frosch. Schorsch möchte nicht alleine spielen. Schorsch möchte gern mitspielen. Nein, Schorsch. Ich spiele mit Luzi. Such du dir doch mal was anderes. Schorsch möchte mit Peppa spielen. Er fühlt sich ein bisschen einsam. Schorsch, willst du mir helfen? Ich backe gerade Schokoladenkekse. Schorsch, ich bin die Schokoladenkekse. Schorsch hilft Mama gern beim Backen. Aber noch lieber spielt er mit Peppa. Ich wäre wohl Schwester. Und ich wäre wohl der Doktor. Und wer ist dann der Kranke? Schorsch! Peppa und Luzi spielen gern Krankenhaus. Schorsch auch. Peppa horcht an seiner Brust. Nun, Schorsch. Tief einatmen und husten. Ich glaube, dein Herz ist verrutscht. Ich mach mal ein Pflaster drauf. Mal weit aufmachen. Luzi misst bei Schorsch Fieber. Oh je. Das ist aber sehr hoch. Du musst im Bett bleiben. Mindestens drei Jahre. Papa Wutz will nach Schorsch sehen. Oh nein. Was ist denn mit Schorsch los? Keine Bange, Papa. Wir spielen nur. Schorsch ist unser Patient. Oh, verstehe. Darf der Patient Besuch empfangen? Aber nur ganz kurz. Er ist noch zu schwach. Kekse! Ja, die sind für Schorsch. Mit dieser Medizin geht's ihm bald besser. Kekse. Ähm, Verzeihung, Doktor. Da brummt was. Ich hab nen schlimmen Bauch. Das kitzelt. Ich kann ihn rumpeln hören. Es ist nur Hunger, Papa. Dann brauch ich wohl auch Kekse, damit es mir bald besser geht. Und ich. Und ich. Und ich. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Peppa und ihre Familie besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz. Opa Wutz. Oma Wutz. Opa Wutz. Hallo, meine Kleinen. Kommt herein. Wir haben was für euch. Was ist es? Wir haben ein Haustier. Ratet mal was für eins. Sousia. Nein, nein. Kein Dinosaurier. Kommt und seht selbst. Oma und Opa Wutz haben einen Papagei. Peppa, Schorsch. Dies ist unser Papagei. Wir nennen ihn Polly. Feine Polly. Feine Polly. Polly braves Mädchen. Polly braves Mädchen. Mama, warum spricht Polly alles nach, was Oma sagt? So sind Papageien. Ich zeig's dir. Hallo, Polly. Hallo, Polly. Hallo, du lieber Piepmatz. Hallo, du lieber Piepmatz. Kommt rüber, ihr Lieben. Der Tee ist fertig. Peppa, Schorsch, schaut mal, es gibt Schokoladenkuchen. Komm, Omi. Peppa und Schorsch lieben Schokokuchen. Doch heute schlingen sie ihn schnell hinunter, um mit Polly spielen zu können. Fertig. Ihr macht aber ne Menge Lärm. Oma, dürfen wir jetzt bitte aufstehen und mit Polly Piepmatz spielen? Habt ihr euren Kuchen denn ganz aufgegessen? Na, dann mal los. Hurra! Schorsch, sag etwas zu Polly. Schorsch hat ein kleines bisschen Angst. Hallo? Hallo! 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 Mit Polly Piepmatz zu spielen, macht Peppa und Schorsch einen Riesenspaß. Ich bin Peppa Wutz. Ich bin Peppa Wutz. Schorsch, sag etwas. Peppa und Schorsch tun so, als wären sie Papageien. Ich bin Polly Piepmatz. Peppa überlegt, was sie Polly sonst noch beibringen könnte. Ich bin ein Plapper-Papagei. Ich bin ein Plapper-Papagei. Peppa. Schorsch, Schorsch. Schorsch, na, spielt ihr denn schön mit Polly? Ja, Oma. Polly ist so ein lieber Vogel. Ja, Oma. Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin ein Plapper-Papagei. Ich bin ein Plapper-Papagei. Peppa. Du meine Güte. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Verstecken. Verstecken. Peppa und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe, sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Peppa mit dem Zählen fertig ist. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Schorsch hat gerade noch rechtzeitig ein Versteck gefunden. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich. Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. Eins. Drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Los geht's, Schorsch. Du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Oh je. Peppa wird Schorsch sofort finden. Fünf. Sechs. Schorsch, schnell hier rüber. Zehn. Acht. Neun. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Oh. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je. Wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich. Oh Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Im Kindergarten. Peppa und Schorsch gehen in den Kindergarten. Heute ist Schorschs erster Tag. Schorsch, freust du dich schon auf den Kindergarten? Papa, vielleicht ist Schorsch doch noch zu klein für meine Spielgruppe. Es wird schon gehen, Peppa. Du bist da und Sausia ist ja schließlich auch dabei. Sausia. Aber ich möchte auch mit den großen Kindern spielen. Nicht nur mit Schorsch und seinem Saurier. Oh je. Peppa möchte nicht mit Schorsch in eine Gruppe gehen. Endstation. Papa, bist du sicher, dass Schorsch groß genug ist? Er wird's schaffen. Na gut. Wir gehen rein. Bis bald. Die Kindergärtnerin heißt Madame Gazelle. Hallo. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Hallo, Schorsch. Ich hätte auch gern einen Bruder wie Schorsch. Wirklich? Wirklich? Hallo, ich bin Klausi Kleff. Ist das ein Dinosaurier? Bloß ein Spielzeugsaurier. Grr. Sausia. Spitze. Grr. Sausia. Grr. 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 Sag, Schorsch ist mein Bruder und er ist spitze. Peppa ist stolz auf ihren kleinen Bruder Schorsch. Grr. 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 Schorsch ist nicht zu gut im Malen. Vielleicht kannst du ihm helfen. Ja, ich male sehr gut. Ich könnte ihm eine Blume vormalen. Schorsch, heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Kreis. Nein, Schorsch, das ist die falsche Farbe. Nun malst du die Blütenblätter. Schorsch, so geht das nicht. Nun den Stiel und die Blätter. Sehr gut. Schorsch, du hast gar nicht zugehört. Na, was haben wir hier? Ein buntes Blümelein. Das ist sehr gut, Peppa. Und Schorsch hat einen Dinosaurier gemalt. Sausier. Späte. Ich finde, die Bilder von Peppa und Schorsch sollten wir an die Wand hängen. Hurra! Peppa, du kannst wirklich stolz auf deine kleine Bruder sein. Ja, bin ich auch. Der Kindergarten ist zu Ende und die Eltern holen die Kinder ab. Kann Schorsch denn wohl wiederkommen? Ja, und er kann uns noch ein anderes schönes Bild malen. Und was malst du beim nächsten Mal, Schorsch? Sausier. Ein anderes Dinosaurierbild. Vielleicht kannst du uns da mal zeigen, wie man Dinosaurier malt. Spät. Spitze. Ja, Spitze. Spitze. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Mama Wutz muss arbeiten. Mama Wutz arbeitet am Computer. Papa Wutz kocht das Mittagessen. Papa, dürfen wir Mama bei ihrer Arbeit zuschauen? Ja, aber nur, wenn es sie dabei nicht stört. Sie hat heute eine ganze Menge zu tun. Klar doch, Papa. Mama Wutz hat heute eine Menge wichtiger Arbeit zu erledigen. Mama, dürfen Schorsch und ich auf deinen Schoß, während du schreibst? Ja, wenn ihr ganz still sitzt. Peppa und Schorsch schauen Mama sehr gern bei ihrer Arbeit zu. Mami, dürfen wir jetzt das Hunde zu tun bei dir spielen? Von mir aus können wir das gerne später spielen. Erstmal muss ich arbeiten. Mama, dürfen wir mithelfen? Nein, Peppa. Hände weg vom Computer. Und Schorsch, das gilt für dich ganz genauso. Ja, Schorsch. Mach bloß nicht sowas. Peppa, nein. Entschuldigung, Mama, ich wollte Schorsch nur zeigen, was er nicht tun darf. Oh je, was macht der Computer denn da? Papa Wutz, Papa Wutz. Was gibt's, Mama Wutz? Papa Wutz, schaust du nach dem Computer? Ich mache das Essen, du schaust nach dem Computer. Wie du meinst, Mama Wutz? Aber ich bin nicht sehr gut in sowas. Oh, danke, Papa Wutz. Papa Wutz macht sich an die Arbeit. Ähm, manchmal hilft einfach ausschalten. Und dann wieder einschalten. Papa Wutz hat es geschafft. Der Computer läuft. Hurra, Papa. Ja, ich bin halt Experte in diesen Dingen. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? Jetzt bin ich dran. Was ist denn da oben los? Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Schweinchen in der Mitte. Schorsch spielt im Gartenball. Schorsch spielt im Gartenball. Peppa möchte auch gern spielen. Schorsch, du machst das ganz falsch. Guck, so wird man einen Ball. und nicht so. So machst du das. Peppa kann ein ganz schön freches Schweinchen sein. Schorsch, komm zurück, du Babyschweinchen. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Wirklich? Ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst da rüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut. Ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami, hier ist das Schweinchen in der Mitte. Mami, hier ist das Schweinchen in der Mitte. Mami, hier ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch. Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbei werfen. Komm schon, Schorsch. Wirf den Ball zu mir. Piri. Dumm. Tun wir, Schorsch. Das kann ich doch auch. Piri. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte. Chorsch fang. Hurra Hab ihn Schorsch, du bist das Schweinchen Schorsch, fang Fang den Ball, Schorsch Fang, Schorsch Schorsch, fang Hier ist der Ball, Schorsch Oje, Peppa, du sollst Schorsch nicht so ärgern Entschuldigung, Schorsch Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen Oh, ich bin sicher, er schafft es Tut er eben gar nicht, Papa Guck, fang den Schorsch Hurra Das ist unfair Ist es nicht Ich habe Schorsch nur etwas geholfen Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa Wurf her, Schorsch Fang doch, Schorsch Peppa spielt gerne Ball Schorsch spielt auch gerne Ball Alle spielen gerne Ball Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Papa Wutz sucht seine Brille Papa Wutz trägt eine Brille Er trägt seine Brille Er trägt seine Brille, um besser zu sehen Wenn Papa Wutz seine Brille trägt, dann sieht er klar Aber wenn er seine Brille abnimmt sieht er alles unscharf Alles ist ein wenig verschwommen Darum ist es für Papa Wutz Darum ist es für Papa Wutz sehr wichtig zu wissen, wo seine Brille ist Manchmal verlegt Papa Wutz seine Brille Peppa Schorsch Habt ihr denn wohl Papas Brille gesehen? Er kann sie nirgendwo finden Nein, Mami Peppa und Schorsch wissen nicht, wo Papa Wutz Brille ist Oh je Papa Wutz kann ohne sie gar nicht sehen Und das macht ihn sehr grantig Ohne seine Brille kann Papa Wutz seine Zeitung nicht lesen Das ist ja nicht zu fassen Ich erkenne nichts Jemand muss meine Brille verbummelt haben Erinnerst du dich, wo sie zuletzt war, Papa Wutz? Wenn ich sie nicht trage, ist sie immer in meiner Tasche Aber da ist sie nicht Papa, dürfen wir dir beim Suchen helfen? Gute Idee, Peppa Wenn du sie findest, ist Papa bestimmt nicht mehr so grantig Ich bin nicht grantig Peppa und Schorsch suchen nach Papas Brille Peppa sucht unter der Zeitung Doch da ist Papas Brille nicht Oh Schorsch sucht oben auf dem Fernsehgerät Doch da ist Papas Brille auch nicht Oh Lass uns mal oben im Schlafzimmer nachsehen Peppa und Schorsch suchen im Schlafzimmer von Mama und Papa Wutz Schorsch, pass auf, dass du hier nichts umstößt Das ist nicht lustig Peppa sucht unter den Kopfkissen Aber da ist Papas Brille nicht Oh Schorsch sucht in Papas Hausschuhen Aber da ist Papas Brille auch nicht Lass uns im Bad nachschauen Peppa und Schorsch suchen im Badezimmer Die Brille ist nicht in der Badewanne Oh Und in der Toilette auch nicht Oh Die Brille ist futsch Peppa und Schorsch können Papas Brille nirgendwo finden Wir haben alles durchsucht Uns fällt nichts mehr ein, wo sie noch sein könnte Oh je Was sollen wir jetzt tun? Ich muss dann wohl in Zukunft ohne sie auskommen Ich werde sehr vorsichtig laufen müssen Da ist sie! Papas Brille! Papa Wutz, du hast die ganze Zeit drauf gesessen Oh Schusselpapi Schusselpapi Du magst schusselig gewesen sein, Papa Wutz Aber dafür bist du nicht mehr grantig Ich war doch gar nicht grantig Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Gartenarbeit Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa Wutz Opa, fang! Hohohoho! Fang! Und wer ist das? Sousia! Ein Dinosaurier! Opa, was machst du gerade? Ich pflanze diese Samen ein Und was passiert dann damit? Aus Samen werden Blumen Ich muhr ein kleines Loch und leg den Samen rein Dann decke ich Erde drüber und begieße sie Jede Pflanze in meinem großen Garten stammt aus solchen kleinen Samen wie diesen Etwa auch der Apfelbaum? Oh ja! Dieser kleine Samen wird zu einem kleinen Apfelbaum wie diesem Oh! Und dieser kleine Apfelbaum wird zu einem großen Apfelbaum wie der da Und im Apfel sind noch mehr Samen drin Für noch mehr Apfelbäume Ganz genau Opa, Opa! Ich will auch was pflanzen Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein! Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze Zuerst gräbst du ein Loch Dann decke ich den Samen rein und decke Erde drauf Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein! Ich will es machen! Gut! Und nun brauchen wir etwas Geduld Peppa und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt Es passiert überhaupt nichts Du wirst mehr Geduld haben müssen, Peppa Das dauert sehr lange, bis etwas wächst Peppa, Schorsch, wir fahren nach Hause Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt Ich wollte doch Erdbeeren, jetzt! Keine Sorge, Peppa Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein Und dann essen wir Erdbeeren Genau Komm schon, Peppa Bis bald, Opa Bis bald, Erdbeeren Opa Wutz sorgt für Peppas Erdbeeren Nach einiger Zeit entdeckt Danke, Opa Opa, können wir noch was pflanzen? Ja, diesmal darf Schorsch sich was aussuchen Ja, du suchst aus Sag Karotten Opa Opa, ich glaube, Schorsch möchte Karotten Schorsch, würdest du gern Karotten pflanzen? Nein Was möchtest du denn sonst? Schorsch hat sich überlegt, was er anpflanzen will Schorsch will einen Dinosaurierbaum anpflanzen Dummer, Schorsch Saurier wachsen doch nicht an Bäumen Schorsch Ich bin Peppa Wutz Das ist mein kleiner Bruder Schorsch Das ist Mama Wutz Und das ist Papa Wutz Peppa Wutz Schluck auf Peppa, Schorsch, Mama und Papa Wutz frühstücken Es ist ein schöner, sonniger Tag Und Peppa und Schorsch können es kaum erwarten, im Garten zu spielen Mami, dürfen wir jetzt nach draußen? Ihr könnt nach draußen gehen, wenn ihr gefrühstückt habt Schorsch Trink den Saft nicht so schnell Schorsch hat seinen Saft zu schnell getrunken und nun hat er Schluck auf Dürfen wir draußen spielen, Mama? Erst wenn der Schluck auf weg ist Aber er hat keinen Schluck auf mehr, Mama Stimmt doch, Schorsch Na also gut Ihr könnt nach draußen gehen Pass aber auf Schorsch auf Peppa und Schorsch spielen gerne im Garten Schorsch, ich werfe dir jetzt den Ball zu Und dann musst du ihn fangen Schorsch Hör bitte auf damit Schorsch Jetzt wirst du den Ball zu mir und ich muss ihn fangen Schorsch Oh je, mit Schluck auf kann man gar nicht richtig spielen Schorsch, ich weiß, wie der Schluck auf weg geht Du musst tun, was ich sage Reib dir gleichzeitig den Kopf und den Bauch Gut, jetzt ist der Schluck auf weg Peppers an die Schluck auf Kur scheint nicht zu wirken Schorsch, du hast es falsch gemacht Ich weiß was Besseres gegen Schluck auf Erst springst du dreimal in die Luft auf einem Bein Dann wedelst du so mit den Arm und streckst die Zunge raus Und jetzt schließ die Augen und dreh dich dreimal schnell im Kreis Peppers neue Anti-Schluck auf Kur wirkt auch nicht Schorsch hat noch immer Schluck auf Ich hab's Schluck auf geht vorbei Wenn man das kranke Schweinchen erschreckt Schorsch, ich werde dich jetzt erschrecken Aber vergiss nicht, es ist nur ein Spiel Und es wird deinen Schluck auf heilen Vergiss nicht Ich tue nur so, als ob ich schreie Peppers 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 Mach nicht so wilde Spiele mit, Schorsch Er ist noch klein Tut mir leid, Mama Ich wollte nur, dass dein Schluck auf weg geht Der Schluck auf ist weg Hier kommt Papa Wutz mit zwei Bechern Saft Schorsch, du sollst nicht so schnell trinken Sonst hast du gleich wieder Schluck auf Ich bin nicht so klein wie Schorsch Ich kann meinen Saft so schnell trinken, wie ich will Ich bin nicht so schnell trinken, wie ich will Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Fahrradfahren. Heute ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Genau richtig für eine lustige Fahrradtour. Was für ein riesig großer Kürbis. Papa Wutz ist sehr stolz auf seinen Kürbis. Ja, das ist wirklich ein dicker Otto. Das gibt einen ordentlichen Kürbiskuchen. Schneller, Schorsch. Klausi, Luzi, Luisa. Klausi, Kleff, Luzi, Locke und Luisa Löffel sind auch mit dem Fahrrad unterwegs. Schorsch kann nur Dreirad fahren. Er fährt so langsam. Wer als erster bei dem dicken Kürbis ist. Aber seid vorsichtig. Der darf nicht kaputt gehen, weil der meinem Papa gehört. Und mein Papa ist bestimmt traurig, wenn der kaputt geht. Keine Sorge, Peppa. Und los! Peppa und ihre Freunde sausen auf den Kürbis zu. Hey, passt auf den Kürbis auf! Hurra! Hup, hup, hup. Peppa, pass auf! Papas Kürbis! Ach, tschuldigung. Guckt mal, wie langsam Schorsch fährt. Schorsch fährt noch ein Babyfahrrad. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Ich auch. Und ich. Wer als erster oben ist. Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa. Ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Uah! Das ist nicht. Witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Peppa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, jippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Lucy, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer ist erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis. Ich bin die Schnellste. Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa, jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt wo der Kürbis kaputt ist, können wir einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist, wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben. Hurra! Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Geheimnisse. Mama Wutz hat ein Geschenk für Peppa. Peppa, ich habe hier eine besondere Schachtel für dich. Danke schön, Mama. Darin kannst du geheime Sachen aufbewahren. Was für Sachen soll ich denn da reintun? Das kannst nur du allein wissen. Es ist deine Geheimschachtel. Ich weiß schon, was ich da reintun kann. Gut, aber nicht verraten. Ich sage es weder dir, noch Schorsch, noch Papa. Geheimes Geheimnis. Schorsch, guck mal, meine Geheimschachtel. Sie ist noch leer. Ich muss jetzt ein echtes Geheimnis in die Geheimschachtel tun. Schorsch will Peppa helfen. Nein, Schorsch. Nur ich darf wissen, was darin ist. Du musst draußen warten, bis ich was ausgesucht habe. Peppa überlegt, welche geheimen Dinge sie in ihrer Schachtel verstecken könnte. Jetzt ist die geheime Geheimschachtel voll. Schorsch, du darfst nicht reingucken. Schorsch würde sehr gerne wissen, was in Peppas Geheimschachtel ist. Wenn du willst, kannst du es erraten. Schausier? Ob da wirklich ein Dinosaurier drin ist? Oh, Schorsch, warum sagst du immer zu allem Dinosaurier? Aber da passt sowieso kein Dinosaurier in die Geheimschachtel. Schorsch hat keine Ahnung, was sich in Peppas Geheimschachtel verbirgt. Papa Wutz putzt gerade den Flur. Papa, ich habe eine Geheimschachtel. Mama hat sie für mich gemacht. Sehr hübsch, Peppa. Und was ist drin? Das ist doch geheim. Schorsch wollte es erraten, aber er hat es nicht geschafft. Kann ich mal raten? Ja. Ist da etwa meine Brille drin? Nein. Du hast sie doch auf deiner Nase. Du hast recht. Dummer Papa, du darfst nur noch einmal raten. Okay. Sind da Mamas Schuhe drin? Nein. Und jetzt ist deine Ratezeit vorbei. Peppa mag Geheimnisse. Mama. Keiner kann mein Geheimnis erraten. Oh, was hat denn Schorsch da? Er hat auch eine Schachtel bekommen. Für seine geheimen Sachen. Nur Schorsch weiß, was drin ist. Oh. Peppa möchte gern wissen, was Schorsch in seiner Schachtel versteckt. Bestimmt hat Schorsch sein Dino in der Schachtel. Nein. Schorsch hat keinen Dinosaurier in seiner Schachtel? Es ist zu schwierig. Ich komme nie drauf. Jetzt findet Peppa Geheimnisse nicht mehr so toll. Vielleicht, wenn du Schorsch etwas von dir zeigst, dann zeigt er dir bestimmt etwas von sich. Okay. Aber wir müssen es gleichzeitig tun. Eine gute Idee. Ich zähle bis drei und dann holt ihr etwas heraus. Fertig? Ja. Eins, zwei, drei. Schorsch zeigt eine Trommel und Peppa eine Trompete. Wunderbar. Ja, das klingt sehr schön. Habt ihr noch mehr geheime Dinge? Schorsch hat einen Kringelkeks. Oh. Aber Peppas Schachtel ist leer. Ich habe nichts mehr drin. Aber ich habe etwas. Los, kommt, greift zu. Schorsch, Peppa, Mama und Papa Wutz mögen Kringelkekse unheimlich gerne. Ich habe keine Geheimschachtel. Aber ich weiß ein gutes Versteck für meinen Kekskringel. Könnt ihr es erraten? Hm. Ist das Versteck vielleicht der Kühlschrank? Nein. Es ist ein geheimer Ort. Mein Bauch. Mein Geheimversteck ist mein geheimer Bauch. Meins auch. Ich gewinne, Papa. Oh. Gut gemacht, Peppa. Schorsch? Schorsch, was ist passiert? Und bis zum Internet. Mal. Vielen Dank.